Die sind voll mit Luft. Wir haben hier dran, also ich zeige es mal bei den kleineren hier, hier ist ein sogenanntes Finimeter, also ein Messgerät, welches, wenn ich das dann aufdrehe, zeigt es an 220 Bar. Man sollte, wenn man jetzt irgendwie, beispielsweise eine halbe Stunde hinterläuft, und man ist dann schon bei 100 Bar, möglichst zurückgehen. Wo ist denn der Punkt? Der Punkt ist bei Null, wenn nichts mehr rauskommt. Dann kann man nicht mehr zurück. Bei Tauchen ist es so, spätestens bei 50 Bar auftauchen. Das sagt man beim Tauchen einfach, dass man die Reserve hat. Ist hier nicht ganz so kritisch, weil wir keine Austauchphase haben. Das heißt, wenn ihr mit 20 oder so ankommt, ist das auch okay. Aber wenn man sich mit 20 auf den Rückweg macht, dann ist es zu spät. Das ist sowas von scheiße. Die spätten kein Licht und vorhin sieht man die Schere von mir vor. Was macht ihr denn, Schlauch? Ist der auch so die Verbrauchung? Warte mal, noch nicht, weiter. So. 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 Guten Tag, wenn ihr denn? Ähm, wollen wir sehen? Habt ihr denn so? Bin bei mir vor mir. Wie ist denn jetzt der Wind? Wollen Sie ja? Wie ist denn das? 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 Ich bin ein bisschen schützlos. wer ist denn alles hier überhaupt unser höhlenfachmann kennt sich ein bisschen mit bergbau aus willst du mal kurz ein glück rein lassen was sagst du dazu was deine meinung selbst würde für mich die verantwortung übernehmen reinzugehen aber ist für die anderen zu sagen könnte für mich ist so aus die beiden stempel die da standen mit denen ja da lag ja als wir das letzte mal drin waren vor zwei monaten relativ viel oben drauf genau und dass wir von der tag nachgegeben ja das heißt vorne kann nicht runterkommen weil das ist folgendermaßen die auf ganz maroden die welt liegen da oder durchzugehen ist lebensgefährlich die verantwortung kann ich fast nicht übernehmen und wir sagen wir können hier vor schlacher mann und mit spitzhacken das alles da das geröll hier so weit weg nehmen das ist nicht das ist im prinzip nicht weiter schlimm das würde sogar das einstehen einstieg etwas vereinfachen oder da plötzlich mir mit den dreck ins gesicht fällt die letzte mal gemacht hatten komisch weil das war so schwer rein zu bohren das hat eben gedauert also da würde ich nicht leider da wurde jetzt klopft da ist die sprengladung und sprengladung zünden durch druck ach hier die steckt schon drin die ist drin ja die ist noch frei das ist scheiße da zu kloppen ich würde es dir anders vorhaben gut dass einer sagt ja so gut dass wir drüber sprechen das wäre es wäre sehr effektiv als wir das krawum machen da ist ein riesen loch das gibt der unnötige rückfragen geht mal telefonisch durch wir brauchen auch noch meißel aus dem werkzeugkoffer den silbernen auf das ganze spritzen es geht immer herrn Ich bin der Kunde auch selber. Ich kann noch was runter. Apfel! Das ist zu gefährlich, trägt gar nichts mehr. 1 aus der Wind. Und der 7. Was ist das zu bedeuten? 5 이거 in die shotgun. 3. 5 bis 9. 6. 6. 7. 7. 8. 10. 11. 10. 11. Wir haben jetzt nochmal 15 Meter weiter gezogen, den Schlauch, die ganzen losen Stücke und die Schlaufe und so. Achso, hab ich gehört, die sind? Doch, genau. Das war ja, ging auch Zeitrauffe durch. Vielen Dank.